Herzlich willkommen! Wir möchten Ihnen hiermit einen Hinweis zu den Schnittlinien der Dachebenen in der Dachkonstruktion geben. Selektiert man eine Dachebene, werden die Schnittkanten dieser aktiven Dachebene durch dickere rote Linien stärker hervorgehoben. In Kombination mit der Basislinie der Dachebene lässt sich die Dachflächenform in der aktiven Dachebene besser erkennen und zeichnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Vielen Dank! Vielen Dank!